Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einem weiteren Python Let's Code. Heute wollen wir ein Problem angehen, was ich persönlich sehr dringlich finde, denn viele Anbieter machen immer noch falsches Passwort speichern. Und wir wollen uns hier einfach nur eine Funktion schreiben, ihr könnt die sehr, sehr gerne in eurem Python Code benutzen, falls ihr euer Backend in Python schreibt, was viele übrigens tun. Also zum Beispiel auch Instagram hat ihr Backend, also das, was ihr nicht seht, sondern das, was auf dem Server läuft, läuft in Python. Das heißt, es gibt wirklich viele Leute, die das brauchen können und ich hoffe, ihr könnt euch diesen Code dann auch zunutze machen. So, was wollen wir machen? Wir wollen Passwörter speichern. Dazu nehmen wir einfach mal an, wir haben eine API geschrieben. Diese API liefert uns unser Passwort an diese Funktion hier, die wir hier schreiben. Das heißt, devgenpassword oder besser gesagt genpasswordhash, denn wir werden das ganze Ding hashen. Das wird unsere Funktion hier sein. Und die bekommt natürlich jetzt am Anfang, sagen wir einfach mal, den String hash zurück und bekommt den Parameter Password. So, und jetzt nehmen wir an, wie wird das ganze Ding aufrufen? Nun, ihr werdet wahrscheinlich Code haben, eine API, die irgendwie Nutzer registriert oder sowas und die werden diese Funktion dann aufrufen. In unserem Fall wird das sehr stark vereinfacht werden, in einfach diesem Aufruf genpasswordhash von zum Beispiel Passwort, ja. Und Passwort ist ein schlechtes Passwort, das muss ich euch hoffentlich nicht sagen. Ich habe ja mal mit Unleashed, also dem anderen YouTuber, ja, der Frontend macht, habe ich ja mal einen Passwortgenerator geschrieben, der, by the way, auch noch ziemlich sexy aussieht, wenn man ihn generieren lässt. So, und der erlaubt quasi nur 60 Zeichen. Passwörter ist leider unsere Beschränkung gewesen, wir wollten die Leute nicht überfordern, aber ich persönlich nutze ganz gerne Zeichen, die, oder Passwörter, die etwas länger sind. Aber, ja, viele Webseiten limitieren einen da auf 20 Zeichen oder 15 Zeichen sogar. Und manche Webseiten erlauben auch immer noch keine Sonderzeichen. Das heißt, wir machen hier mal Folgendes. Ich will einen Passwortgenerator haben, der mir hier auch Sonderzeichen erlaubt. Und zwar auch die kritischen Sonderzeichen, wie das da, das da, äh, das da, den Dollar, das hoch 3 und vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen. So, das muss da auch rein können in diesen Passwortmanager. Okay, dazu brauchen wir als allererstes mal zwei Bibliotheken. Und zwar einmal, einmal bitte in eurem Terminal installieren, pip install bcrypt. bcrypt ist der Passwort-Hashing-Algorithmus, der wirklich als sicher gilt, weil er langsam ist. Das bedeutet, wenn man euer Passwort knackt, also wenn ein Hacker die Datenbank auslesen kann, dann sollte das Passwort hier nicht geknackt werden können. Und mit bcrypt dauert es halt deutlich, deutlich länger als mit zum Beispiel md5 oder char oder sowas. Und deswegen nutzt man eigentlich heutzutage bcrypt. Das bedeutet, wir wollen das ganze Ding hier mit bcrypt hashen und, ähm, ja, das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar sieht das ganze Ding so aus. Also ich hab's natürlich schon installiert, deswegen seht ihr jetzt bei mir keine Installation mehr, aber bitte einfach mal durchführen. Import bcrypt. So, was jetzt passiert ist, ich hab die Möglichkeit, einfach mir ein Passwort zu generieren. Das heißt, ich muss das Ding hier erstmal encodieren. Und zwar in Byte-Form, ja. Das heißt, mein Passwort werde ich einfach überschreiben mit, ähm, Passwort. Also ich gehe davon aus, dass das hier den Typ, äh, String hat. Das heißt, wir nehmen einfach hier Passwörter als Strings an. Da muss sich niemand irgendwie außerhalb drum kümmern, dass das schon binär sein muss oder Bytes-Form haben muss. Und jetzt sagen wir hier Punkt-Encode ganz einfach. Und zwar, ähm, in UTF-8. So, das ist der Standard. Ihr könnt hier selbstverständlich auch was anderes, ähm, verwenden, falls euch, falls ihr irgendwie chinesische Schriftzeichen erlauben wollt oder sowas. Aber UTF-8 ist eigentlich so ziemlich der Standard. Jetzt können wir verifizieren, dass das Ding auch wirklich korrekt ist, indem wir es einfach wieder dekodieren. Das heißt, Passwort.decode. Und das mal ganz kurz ausprinten lassen, damit das auch wirklich funktioniert. So, wenn wir das jetzt hier starten, dann sehen wir hier, äh, das hier ist das, was zurückkommt. Nicht wundern, das Hash hier ist einfach der Return-Wert. Nicht wundern, ähm, so, Passwort, dann dieser, äh, Ding, dieser Strich hier, dann Hashtag, Anführungsstrich, äh, Paragrafzeichen, hoch 3, Ad und Euro. So, das sind wirklich komische Sonderzeichen, die man hier reinpacken kann. Wunderbar. Okay, das heißt, das funktioniert schon mal wunderbar. Und jetzt möchte ich noch eine Sache machen. Das heißt, ich möchte natürlich nicht das Ganze einfach nur in Binär- oder Byte-Form da reinschreiben in meine Datenbank. Ansonsten hat ein Hacker wirklich gar keine Mühe, euer Passwort wieder zu generieren, sondern ich muss es, wie gesagt, hashen. Und hashen, das kann ich folgendermaßen machen. Ich kann einfach hier sagen, hasht ist gleich bcrypt.hashpassword. Und hier kann ich einfach mein Passwort reinschreiben, indem ich hier einfach diese beiden, äh, Variablen angebe. Und zwar einmal hier eben Password angebe, Password. Und das zweite, und das ist jetzt auch wichtig, das machen manche Leute auch nicht. Sie benutzen keinen Salt bei eurem Passwort, ja. Das heißt, was ein Hashwert erstmal macht. Ähm, nur ganz kurz, damit wir das Ganze verstehen. Wenn ich ein ABC hashe, dann kommt irgendwas völlig Zufälliges raus, von dem niemand mehr weiß, was es am Ende ist, ja. Und das ist auch gut so. Wenn ich aber ABC wieder hashe, kommt genau derselbe String raus. Das heißt, ich kann ganz einfach überprüfen, ob ein Passwort richtig ist oder nicht, indem ich einfach das ganze Ding nochmal hashe und dann checke, ob die Outputs dieselben sind. Das heißt, ob nach ABC wieder genau dieser komische Vierlefanz hier rauskommt. Wenn die beiden gleich sind, dann hat der Nutzer offensichtlich dasselbe Passwort eingegeben, okay. Das bedeutet, ich weiß, okay, sein Passwort, was er eingegeben hat, ist richtig, obwohl ich das Passwort am Ende mir gar nicht merken muss. Ich muss mir nur den Hashwert hier merken. Und die andere Richtung, die geht nicht. Das heißt, aus diesem Hashwert hier kann ich nie wieder ABC rausfinden. Also zumindest nicht effizient, weil das einfach kryptografisch nicht möglich ist. Das sind sogenannte Einwegfunktionen. Es geht eben nicht in diese andere Richtung wieder. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann hier vorne alles reinstecken. Ich kann gucken, mach den ABB. Was macht denn das? Ist irgendwas anderes. Okay, doof gelaufen. Machen wir mal ABC. Das ist genau das, was wir hier haben. Alles klar. Und damit wissen wir, okay, Eingabewert war ABC. So, jetzt gibt es User, die immer noch ein sehr, sehr schwaches Passwort benutzen, wie zum Beispiel Passwort. Und ich möchte aber trotzdem, dass wenn ein Hacker Zugriff auf die Datenbank kriegt, dass er dieses Passwort hier im besten Falle nicht so einfach wieder rausfinden kann. Es gibt sogenannte Rainbow Tables. Und dagegen, habe ich auch schon mal genauer vorgestellt, wie gesagt, die Videos kommen bald wieder online. Und dagegen, habe ich jetzt folgende Möglichkeit. Ich hänge hier einfach komplett zufällige Sachen hinten dran. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, die wird der Nutzer nicht eingeben, weil die gehören ja nicht zu seinem Passwort dazu. Also, was mache ich? Naja, ich speichere mir den Hash und speichere mir danach diesen komischen Salt hinten dran wieder. Und dadurch ändert sich mein Hash komplett. Und wenn ich jetzt einfach nur ABC vergleiche, ja, dann kriege ich halt das Ding hier raus. Und das ist was völlig anderes. Was ich damit sagen möchte, ist, ich habe das Ganze auch noch ausführlicher in meiner IT-Sicherheits-Playlist drin. Das heißt, wir müssen salzen. Das ganze Ding nennt sich Salt. Und den können wir über diese Bibliothek ganz einfach und kryptografisch auch sicher generieren, indem wir hier ein bcrypt.gensalt hinten dran anfügen. bcrypt.gensalt, ihr seht es hier, standardmäßig nimmt das Ding zwölf Runden. Das bedeutet, es werden zwölfmal eben Salts generiert oder Salts erstellt und gehasht und so weiter und so fort. Müsst ihr nicht wissen genau, was das macht. Wir machen hier 20 Runden rein, dann ist es noch ein bisschen besser. So, dann dauert es nämlich noch ein bisschen länger, bis dieser Salt hier generiert wird. Und dementsprechend dauert auch das Passwortknacken ein wenig länger. Und das ist auch gut so, denn wie gesagt, das Einzige, um das Passwort wieder herzubekommen, ist, alle Passwörter auszuprobieren. Und wenn das ewig dauert, hat ein Hacker meistens keinen Bock drauf. Sprich, es bringt ihnen nichts, das Passwort zu bekommen. Und wir geben den Nutzern mehr Zeit, ihre Passwörter zu ändern, falls wir mal einen Datenleak haben. Und so sind Passwörter einigermaßen sicher abgespeichert. Aber wartet, ich bin noch nicht fertig. So, das heißt, was machen wir jetzt hier damit? Naja, wir gucken einfach mal, wie das Ding hier aussieht. So, wir geben jetzt mal Hashed hier zurück und lassen das mal laufen. Okay. Ihr seht, das dauert wirklich lange, ja. Das ist quasi das Speichern eines Passworts. Und ja, das geht eine Weile. Das ist aber auch richtig so. Okay. So, dann haben wir also hier unseren Passwort Hash bekommen. So, das jetzt in die Datenbank reinzuschreiben, das funktioniert noch nicht so ganz. Wir müssen das ganze Ding auch wieder dekodieren. Denn es ist aktuell ein String, allerdings in Bytesform, ja. Und das wäre der String, den wir uns in die Datenbank reinschreiben wollen. Deswegen sagen wir hier Decode. Okay. So, jetzt haben wir die Sache soweit fertig. Und jetzt haben wir aber auch schon eine einzige Sache geregelt. Also, dass Passwörter plötzlich keine Zeichen mehr akzeptieren, das gibt es jetzt nicht mehr. Es werden alle Zeichen als Passwort akzeptiert. Und das ist auch richtig so. Man sollte alle Zeichen akzeptieren. Da gibt es eigentlich keine Ausrede, warum man es nicht machen sollte. Eine Sache haben wir jetzt allerdings. Und dazu möchte ich mal kurz eine Demo hier machen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind 10 Zeichen. Das stimmt ihr mir wahrscheinlich zu. Wenn ich jetzt hier mal 10 hinten dran mache, haben wir 100 Zeichen. So, und jetzt machen wir genau dasselbe. Allerdings mit einem ganz kleinen Trick. Weil, also, das Teil hier hinten, das ist quasi der Salt, ja. Der wird ja nicht irgendwie verschleiert oder sowas. Der steht da einfach im Klartext drin. Das sind auch Bytes-Formen hier. Das heißt, wir generieren uns jetzt ausnahmsweise mal kein Salt, sondern wir bauen uns hier einfach unseren eigenen Salt und sagen hier B von mein Salt. Und dann möchte ich mal, dass wir hier die beiden Zeichen vergleichen. Einmal 10 Stück hintereinander und einmal 8 Stück hintereinander. Und dann werden wir wahrscheinlich, achso, ja gut, du bist Invalid, okay. Und dann müssen wir das Ganze ein bisschen anders hinschreiben. Und zwar sagen wir hier einfach Salt ist gleich der da. Und, ähm, wir nutzen einfach diesen Salt hier drin. Solltet ihr so nicht übernehmen, keine Sorge. Ich will euch nur was kurz demonstrieren, was hier passiert ist. Genau, wir machen hier auch mal nur so 5 Runden Salt, damit es schneller geht. So, okay. Also seht ihr das, was ich meine? Diese beiden Hashes sind identisch. Also, das hier ist der von diesem Hash und dieser Hash ist von diesem Passwort hier. Das hier ist 0123456789 und das 8 mal hintereinander. Und das hier oben sind eigentlich 10 mal hintereinander. Zum Vergleich, wie unterschiedlich die sein sollten, machen wir mal 5 und 6 hier hintereinander. Das sieht so aus. Und da sehen wir hier auch, es ist komplett anders hier hinten. Die unterscheiden sich komplett ab dieser Stelle hier, um genau zu sein. Und so sollte das auch bei 8 und bei 10 sein. Das Problem hierbei ist, Bcrypt erlaubt maximal 72 Buchstaben in seinem Hashing-Algorithmus. Mehr geht nicht. Ja, das muss man immer auf dem Schirm haben. Das bedeutet, wenn wir hier was verändern oder Passwörter zulassen, die mehr als 72 Stellen haben, dann wird der Rest einfach abgeschnitten. Also, ihr habt 72 Stellen, alles was danach kommt, völlig irrelevant. Und offensichtlich reicht es dann, die ersten 72 Stellen zu haben, um euer Passwort korrekt zu erraten. Und ja, natürlich sollte man das bedenken bei seinem Passwortspeicher-Algorithmus. Deswegen müssen wir das Passwort hier vorne dran noch ein bisschen verarbeiten. Und zwar, wir müssen es, naja, nochmal hashen davor. Ein Hashing-Algorithmus wie zum Beispiel SHA256 ist zwar nicht stark, macht aber jedes Passwort, was ihr eingebt, auf eine fixe Länge von 256 Bit in diesem Fall. Und das bedeutet 256 Bit, naja, das ist natürlich weniger als die Maximallänge von diesem Passwort-Generator hier. Aber trotzdem ebenso eine Einweg-Funktion wie der Bcrypt-Generator hier selber. Das heißt, es ist nochmal ein zusätzliches Layer an Sicherheit und ihr könnt dadurch quasi beliebig lange Passwörter auch zulassen bei euch. Das heißt, es geht auch bis 500 Zeichen oder noch länger. Völlig egal. SHA256 hat keine Begrenzung. Was wir deswegen machen, ist folgendes. Wir sagen hier, Passwort ist gleich Base64 Punkt. Achso, das sollte ich vielleicht erstmal, das wird automatisch importiert. B64Encode, genau das hier. Das wird mir jetzt hoffentlich hier inkodiert. Na, das ist schon, ah, da ist es. Genau, ich habe mich gerade gewundert, wo das hin ist. Und hier sagen wir Hashlib Punkt SHA256 oder auch 512, wenn ihr das wollt. Ähm, und da stecken wir unser Passwort rein, holen uns den Digest und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal kurz an. Und zwar einmal hier Print Password. So, schauen wir uns das mal ganz kurz an, wie das Ganze aussieht. Und zwar, wir sehen hier, wenn wir das ganze Ding hier mit 80 Stellen und mit 100 Stellen, wenn wir die beide in, äh, in SHA256 reinstecken, also vorher nochmal hashen, dann sehen die so aus. Also, das sind 80 Stellen, das hier sind 100 Stellen, die sehen komplett anders aus. Und dementsprechend sind sie auch nicht zu lang. Ihr könnt hier mal durchzählen, das funktioniert tatsächlich. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen Algorithmus geschaffen, der uns, ähm, ja, der uns andere Passwörter generiert, aus dem, was der User eingibt, nämlich komplett zufälliges Zeug, was wir eigentlich nicht zurückrechnen können. Aber, was kurz genug ist, und jetzt unterscheiden sich auch die Hashes von euren sehr, sehr langen Passwörtern, okay, voneinander. So, und jetzt ist die letzte Sache, wir müssen unseren Salt hier wieder reinmachen, dann ist auch jedes Passwort, egal wie lang es ist, sieht sowieso immer anders aus, weil wir hier einen anderen Salt reinpacken. In dem Fall brauchte ich natürlich zum Demonstrieren denselben Salt für beide. Aber der Salt ist ja mehr oder weniger öffentlich, deswegen kann man das jetzt hier nicht ohne weiteres sagen. Und, äh, ja, wenn ich jetzt das hier starte, sieht das Ganze dann so aus. Also, das sind jetzt 10 Runden, ich mach gleich wieder 20 draus. Dann sehen wir hier, okay, wir haben hier offensichtlich zwei komplett unterschiedliche Dinger, und das sollte natürlich auch so sein. Und so könnt ihr eure Passwörter richtig abspeichern. Wir machen es jetzt nochmal extra stark, wobei ich glaub, 20 Runden ist für die meisten ein bisschen übertrieben. Ihr habt gesehen, wie lang das vorhin gedauert hat. Machen wir mal 12 Runden draus, das sollte eigentlich ausreichen. Und das zweite, was wir natürlich brauchen, wir müssen einmal den Passwort Hash generieren. Wir müssen aber auch in der Lage sein, das User Passwort zu überprüfen. Das heißt, Check Password. Und hier sagen wir natürlich auch, Password ist vom Typ String. Und wir wollen die Dinger überprüfen. Und das geht lächerlich einfach, wie hier. Ähm, das geht wirklich sehr, sehr einfach. Und zwar können wir hier einfach sagen, achso, selbstverständlich brauchen wir hier nicht nur das Passwort, sondern auch den Hash. Ähm, und der ist auch vom Typ String in unserem Fall. Wir müssen es ja irgendwie speichern. Und ja, hier sagen wir ganz einfach, ähm, Password Punkt, äh, ist gleich Password Punkt Encode in UTF Bindestrich 8. Und dasselbe machen wir natürlich nochmal mit dem Hash. Der soll natürlich auch encodiert werden. So, und jetzt können wir die beide einfach überprüfen. Wir hashen das Passwort quasi genau nach den Anleitungen. Hier vorne steht übrigens immer, wie viele Runden ein Bcrypt Hash hat. Und in dem Hash drin steht immer, welcher Salt verwendet wurde. Und wundert euch nicht, das lässt sich nicht so genau rausfinden. Ich markiere einfach nur immer ungefähr eine Stelle, wo man das vielleicht rausfinden kann. Aber man kann nicht eindeutig, oder man könnte abzählen, aber ich bin zu faul zum Abzählen, es tut mir sehr leid. Aber ja, es ist nicht unbedingt ab hier, es ist auch nicht unbedingt ab hier, es ist, es ist kompliziert. Aber genau, man kann hier ganz einfach hergehen und sagen, if bcrypt.checkpassword, hier stecken wir unser Password rein, Password, achtet darauf. Das ist jetzt durch das Encodieren in Bytes, also nicht mehr als String vorliegend. Und hier sagen wir natürlich unseren Hash rein. Hash, Hash muss hier rein. Falls das stimmt, naja, dann return true. Ansonsten return false. Also das hier quasi überprüft wird. So, eine wichtige Sache hierbei allerdings noch. Wenn wir jetzt das hier überprüfen, wird natürlich das Falsche rauskommen. Also ich speichere mal das ganz kurz hier ab. Wir machen das mal nur mit den 80 Stellen hier und speichern uns das ab. Hash ist gleich das da. Und Passwort. Passwort ist gleich das da. Halt, stopp, so. Und jetzt hashen wir das Passwort. Bekommen natürlich unseren Hash wieder raus. Wir printen den auch nochmal. Aber wir wollen natürlich auch überprüfen, ob das Passwort richtig ist. Das heißt, wir machen hier Print, Check Password von unserem Passwort und natürlich unserem Hash auch. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal kurz an. Und selbstverständlich kommt False bei raus. Warum kommt da False bei raus? Naja, wir haben hier einen Schritt vergessen, den wir hier oben gemacht haben. Und zwar, wir haben das Passwort natürlich immer schon mit Chart256 von Hand nochmal davor gehashed, damit wir sehr lange Passwörter verwenden können. Und das müssen wir hier natürlich auch eintragen. So, wenn wir jetzt das machen, dann sehen wir hier, kommt True bei raus. Und so könnt ihr jetzt tatsächlich eure Passwörter auch überprüfen, ob die funktionieren. Diese beiden Methoden sollten eigentlich für jeden da draußen Standard sein, sage ich jetzt mal, um sichere Passwörter irgendwie abzuspeichern. Wenn ihr es besonders sicher haben wollt, könnt ihr hier die Anzahl an Runden hochstellen. Dann wird allerdings natürlich die Laufzeit von eurem Passwort-Überprüfungsalgorithmus und auch von dem Generieren sehr, sehr, sehr stark in die Höhe gehen. Und ich glaube eigentlich 12 Runden sind da schon genug momentan noch. Wenn die Leistung der Rechner steigt, dann könnt ihr hier einfach hochstellen und für neue User zum Beispiel dann mehrere Runden machen. Und bei alten Usern kann man es natürlich auch updaten. Ja, ihr könnt natürlich einfach nochmal von vorne, wenn die Passwörter stimmen, dann aktualisiere auf 20 Runden oder sowas. Das kann man auch programmieren. Okay, in dem Sinne war es das von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch auch weitergeholfen. Und ja, bitte benutzt dieses Passwort hier nicht. Bad Password do not use, okay? Aber ansonsten könnt ihr diesen Code hier absolut verwenden. Nutzt ihn vielleicht in eurer API oder wo auch immer. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.